Ich bin Thomas, ich bin Regionalverkaufsleiter der Firma Xylem und wir vertreiben diese wunderschönen Pumpen hier. Das ist unser Austauschmotor für die Zirkulationsleitung, ein super interessantes Produkt. Es ist deshalb interessant, weil der vorhandene Grundkörper der alten Pumpe kann drin bleiben. Wir lösen nur die Verschraubung und können die Pumpe aufschrauben und der Installationsaufwand für den Handwerker sehr, sehr gering. Die ist eine hocheffiziente Pumpe, das heißt wir brauchen maximal zwischen 3 und 9 Watt für diese Pumpe. Einfach zu installieren heißt, das ist der Grundkörper der vorhandenen Pumpe in der Zirkulationsleitung. Den schraube ich den alten Kopf einfach ab, wechsle ihn aus, nehme unseren neuen hocheffizienten Kopf mit 3 bis 9 Watt Stromverbrauch, stecke ihn drauf, lege die Dichtung ein, schraube fest und mache hier noch den Stromanschluss und schon ist der neue Pumpenkopf installiert.